Versicherungen spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, die Klimakrise zu stoppen. Jedes Kohlenkraftwerk braucht eine Versicherung. Ein neuer Bericht zeigt, dass Helvetia immer noch neue Kohlenkraftwerke versichert. Und das, obwohl sich die Wissenschaft einig ist, dass es keine neue Kohlenkraftwerke mehr verdreht, wenn wir die 1,5 Grad Grenze verhindern wollen. Wir fahren mit Helvetia dazu auf, sofort aus der Versicherung der Kohle auszusteigen.